Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar werden wir uns einem wichtigen Thema widmen, und zwar, welche Hardware-Wallet ist die richtige für dich? Nach der FTX-Pleide ist es natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo verwahre ich meine Coins nicht auf einer Börse, sondern für jeden, egal für welchen Geldbeutel, ist es wichtig, einen Hardware-Wallet zu haben. Und deswegen schauen wir uns heute mal ein paar Hardware-Wallets an, die bei CryptoGuru getestet wurden, wo Geräte zugeschickt wurden und wir sie ausführlich getestet haben, beziehungsweise Jonas sie hier getestet hat, werden wir uns jetzt im heutigen Video anschauen. Danach solltet ihr euch für eine entscheiden können, sage ich jetzt einfach mal, oder hoffe ich, ist zumindest der Sinn von diesem Video. Und bevor wir starten, lasst doch dem Video gerne ein Like, da abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und wenn ihr Bock habt, unten auch gerne einen Kommentar da lassen, welcher Hardware-Wallet ihr denn benutzt. Würde mich wirklich mal interessieren. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt durch, und zwar mit dem Ledger Nano S. Natürlich gibt es auch einen Ledger Nano X, muss jeder für sich selber wissen, für wen es, sage ich mal, erforderlich ist. X dann doppelt so teuer fast, hat aber dafür auch ein paar mehr Anwendungen, da könnt ihr natürlich gerne auf der Ledger-Seite voranschauen. Ist natürlich auch für den Geldbeutel, sage ich jetzt mal, zwischen 80 und 150 Euro für jeden was dabei. Ledger sagt natürlich jedem was. Wir haben bei CryptoGuru, natürlich werde ich jeden Artikel unten in der Videobeschreibung noch verlinken, für jeden Artikel haben wir einen Test durchgeführt. Und da sind im Endeffekt auch, wie ihr die Geräte einrichtet, alles Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr das zu machen habt, was im Lieferumfang mit dabei steht, alles mit da drin. Ihr habt hier eine Recovery Phrase von 24 Wörtern, darauf kommen wir dann später nochmal bei anderen Wallets oder vergleichbaren Wallets zum Test. Aber ich glaube, zum Ledger muss ich wenig sagen. Natürlich, Multi-Wallet auf jeden Fall zu empfehlen. Bei OnlyBTC habe ich da eine kleine andere Meinung, kommen wir aber gleich nochmal dazu. Aber ansonsten, Ledger natürlich für jeden auf jeden Fall ein Begriff, sollte jedem bekannt sein. Momentan bekommt ihr, glaube ich, sogar noch bis Black Friday, also Video wird in der Black Friday Woche aufgenommen, zwischen 20 und 30 Dollar in BTC sogar noch gut geschrieben, beziehungsweise mit so einem Gutscheincode. Und ja, dazu muss ich, glaube ich, am wenigsten sagen. Also Ledger, Wallet, wie ihr das einrichtet, alles in dem Artikel drin, ist natürlich auch das meist bekannteste von allen Hardware-Wallets. Mittlerweile sollte jedem ein Begriff einfach sein von der Handhabung. Ich habe selber ein, alles easy zu bedienen, also von der Benutzerfreundlichkeit, klar. Ich bin aber eher so ein Fan von, ich sage jetzt mal größeren Bildschirmen. Also ihr wisst, ich bin viel am Handy und sowas und dann so einen kleinen Ledger und so. Klar, man kann ihn überall mit rumschleppen und so. Aber ich habe zum Beispiel einen persönlichen Ledger Nano X, einfach wegen der Akkufunktion, also bis zu acht Stunden, glaube ich, Akkufunktion und so. So, das, was der Ledger Nano S Plus momentan zumindest noch nicht hat, deswegen natürlich auch ein bisschen günstiger. Aber kann ich wirklich nur jedem empfehlen, was eine Multi-Wallet, zumindest, ja, eine Multi-Wallet beinhaltet. So, jetzt kommen wir aber zu meinen Favoriten und zwar die Bitbox. Wir schauen uns hier die Bitbox Multi-Wallet an. Es gibt aber natürlich von der Bitbox, das habt ihr alle schon mitbekommen, natürlich auch eine Only-BTC-Version. Und davon bin ich ja wirklich der Fan. Wir haben für beide Bitbox-Varianten hier einen Artikel bei Crypto-Guru, auch gerne hier vorbeischauen. Bitbox, minimal günstiger als der Ledger Nano X. Hier bei 139 Euro, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Auch natürlich Black Friday ein bisschen günstiger, könnt ihr gerne auf der Website vorbeigucken. Was man aber dazu sagen muss, also vor allem bei der Multi-Wallet. Es werden hier nur sehr viele ERK20, also auf der Ethereum-Blockchain, sage ich mal, verwendete Token bzw. Kryptowährungen drauf gesichert. Das ist so ein bisschen der Nachteil, weshalb ich ein bisschen, was Multi-Wallet anbelangt, eher Fan vom Ledger Nano X bin oder Ledger Nano S, je nachdem, was ihr halt habt. Und dann eher so bei der Bitbox BTC-Only-Variante. Und warum BTC-Only-Variante? Wenn ihr wirklich nur Bitcoin verwahren wollt, deswegen nie nur auf ein Hardware-Wallet im Endeffekt versteifen, sondern vielleicht auch mal zwei oder drei Hardware-Wallets haben. Man kann im Endeffekt nie genug davon haben, weil es ist wirklich für jedes Budget was dabei. Also wie gesagt, hier ein bisschen billiger, aber umso mehr Codes natürlich gespeichert werden auf eurer Wallet. Es ist egal, ob jetzt, sage ich mal, Ledger oder bei der Multi-Wallet von Bitbox, umso hackeranfälliger ist das Ding natürlich. Wenn ich jetzt aber nur eine BTC-Wallet habe, wie bei der Bitbox auch erwerblich zu kaufen möglich ist, ist natürlich der Sicherheitsstandard nochmal deutlich, deutlich größer. Also da bin ich dann doch eher Fan, wirklich BTC-Only, dann die Bitbox, Multi-Wallet, dann bin ich eher auf Seite Ledger Nano S bzw. Ledger Nano X. Also da, das ist nur so mein persönlicher Ratstack, ist natürlich beides Bombe. Ihr habt hier beide eure 24 Wörter. Und was man auch noch sagen muss, so ein kleiner Vorteil von der Bitbox, egal ob es Multi-Wallet oder BTC-Variante, ihr habt eine SD-Karte dabei. Das heißt, ihr könnt euch immer wieder Backups auf die SD-Karten packen, die überall auf der Welt verstreuen, sage ich mal, oder Verwandten geben, was weiß ich was. Wie auch immer. Aber das ist so ein kleiner Vorteil, den ich hier auf jeden Fall sehe, anstatt nur diese 24 Wörter irgendwo drauf zu packen, sondern ihr habt sie auch theoretisch auf einer kleinen Micro-SD-Karte, die ihr überall verstauen könnt. Dann zu etwas viel, viel Unbekannteren ist SavePol S. Auch hier natürlich ausführlicher Testbericht zu SavePol. Gefällt mir, sage ich jetzt mal, vom Layout her sehr, sehr gut. Wir haben hier ein riesiges Display. Ihr habt viel Lieferumfang und es ist für den Geldbeutel. Das seht ihr dann ein bisschen weiter unten. Auch hier natürlich die 24 Wörter für den Geldbeutel ein bisschen billiger. Und nicht nur ein bisschen, und zwar man kann das Ding hier für 50 US-Dollar mittlerweile schon kicken. Kicken, auch mal ein gutes Wort. Was natürlich für Leute, die jetzt, was ich ja gesagt habe, es gibt nicht, nicht jeder hat Zehntausende Euro auf seinem Ledger oder auf seiner Bitbox. Es gibt auch viele, die fangen nur mit 100, 200 Dollar oder Euro an. Und da bietet sich natürlich so ein billiges Hardware-Wallet mit auch genau den gleichen Sicherheitsstandards natürlich sehr, sehr an. Deswegen von meiner Seite aus, wer wenig Geld zur Verfügung hat, sollte sich auf jeden Fall so ein SavePol holen. Das ist natürlich sehr, sehr sinnvoll. Und was man auch dazu sagen muss, es gibt eine R-Gapped-Funktion. Das heißt, das Ding, also dieser SavePol, ist nie mit dem Internet, Bluetooth oder Sonstiges verwendbar. Das heißt, es ist wirklich entkoppelt von jeglichen Hacker-Möglichkeiten oder sowas. Ihr verbindet es, ihr habt eine App-Funktion, könnt darüber im Endeffekt eure SavePol-Wallet dann füllen. Aber das Gerät an sich, also das Hardware-Wallet, ist nie wirklich mit dem Internet verbunden. Das hat auch Jonas hier perfekt unten noch mit reingeschrieben. Wo haben wir es denn? Durch die R-Gapped-Funktion ist nur beim Anlegen eines neuen Hardware-Wallets der private Schlüssel sichtbar. Ohne Internetverbindung ist das Gerät komplett isoliert und hat dadurch im Vergleich zu Hardware-Wallets, welche überall Kabel bedient werden, wie Trezor oder Ledger, einen großen Vorteil. Denn die Übertragung des privaten Schlüssels ist überhaupt nicht möglich. Und das finde ich einen riesen, riesen Vorteil. Einfach nochmal ein bisschen mehr Sicherheit und das sogar für weniger Geld. Ihr habt hier, was man noch dazu sagen muss, Bitbox hat für iOS momentan noch nicht die App. Ihr könnt es mit dem MacBook verbinden. Und hier habt ihr alle Möglichkeiten, das auch per App und sowas zu steuern. Und dann kommen wir auch noch gleich zu einem Konkurrenten von SavePol, und zwar AliPaulTitan. Auch hier relativ unbekannt, gefällt mir aber auch vom Layout sehr, sehr gut, weil es ein relativ großer Hardware-Wallet ist. Ihr habt ein großes Display, also viel, viel leichter zu bedienen. Das ist immer so ein bisschen bei Ledger und bei der Bitbox immer so ein bisschen, wenn du vor allem große Finger hast, so wie ich, ist es ein bisschen komplizierter, hier sein Passwort und sowas einzugeben. Aber auch hier Alipel, ihr habt hier auch eine Micro-SD-Karten-Funktion. Aber, und jetzt kommen wir zu einem großen Aber, ihr habt hier einfach nur zwölf Recovery-Phrases. Und das finde ich dann doch ein bisschen den Nachteil gegenüber den anderen drei, die wir bis jetzt genannt hatten. Zwölf, klar, es ist ein Sicherheitsstandard, aber zwölf ist halt doch deutlich, deutlich weniger Sicherheit, als wenn ihr jetzt diese 24 Wörter habt, weil halt einfach der Sicherheitsstandard, beziehungsweise 24 Wörter zu hacken oder rauszufinden, deutlich geringer ist, als wenn ihr nur zwölf habt. Also da ist momentan nicht, ehrlich gesagt, so mein Favorit. Aber wie gesagt, wir gehen hier alle durch, die jetzt bei CryptoGuru erst einmal getestet wurden. Und da gehört es natürlich auch dazu. Preis-Leistungstechnisch, seid ihr hier im ganz normalen Bereich, sage ich jetzt mal so wie Ledger oder auch wie bei der Bitbox. Es gibt auch hier eine billigere Variante. Benutzerfreundlich, klar ist es, ihr habt auch hier diese Air-Gapped-Funktion. Also das ist dann wiederum ein größerer Vorteil im Gegensatz zu Bitbox und zum Ledger Nano S. Aber wie gesagt, diese zwölf Wörter, wäre ich einfach ein bisschen vorsichtig. Natürlich, ihr könnt hier auch Staking und Landing verknüpfen, was natürlich auch Bombe ist, was ihr zum Beispiel bei Bitbox teilweise nicht machen könnt. Beim Ledger könnt ihr das wiederum mit Staking machen. Hier könnt ihr es machen. Aber wie gesagt, diese zwölf Wörter, klar, vielleicht reite ich da jetzt ein bisschen drauf rum, aber mir geht es hier einfach um Authentizität, beziehungsweise um meine ehrliche Meinung. Und ich persönlich bin einfach kein Fan davon, wenn hier schon an den Wörtern gespart wird. Da, finde ich, sollte man überhaupt nicht sparen. Klar, Layout ist top, Preis-Leistungs-Verhältnis ist top. Das passt alles auch mit der Micro-SD-Karte, was ich ja den Vorteil bei der Bitbox habe. Passt auch von meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, da bin ich einfach nicht so wirklich Fan von. Also für mich momentan an letzter Stelle. Und dann gibt es noch ein weiteres Hardware-Wallet und zwar CQX. Wo wir da letztes Jahr auf der Messe waren in Köln, also Crypto-Rockstars, war da auch ein Stand von CQX, hat einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Ist auch noch sehr, sehr unbekannt, sei ich jetzt mal im europäischen Markt, auch wenn immer mehr, ich sage jetzt auch mal Influencer, auf den Trichter drauf kommen mit CQX. An sich, Top-Wallet, muss man auch dazu sagen. Gibt auch verschiedene Versionen. Auch hier bitte gerne auf der Website mal vorbeischauen. Es gibt das W10, es gibt glaube ich das W20. Preis-Leistungstechnisch genauso wie Ledger und Bitbox anhänglich. Hier geht es dann wirklich nur, ihr habt die 24 Wörter. Top-Vorteil im Gegensatz zu dieser Allipol-Wallet. Also da auf jeden Fall wieder ein Pluspunkt. Layout, wie gesagt, also großes Display. Gefällt mir alles sehr, sehr gut. Ganze Testbericht auch gut. Ja, ihr habt den gleichen Lieferumfang wie bei den meisten. Ihr habt überall euer Kabel dabei. Ihr habt das Wallet, ihr habt meistens so eine Paperfresh. Wobei ihr das bei der Bitbox, muss ich auch noch dazu sagen, nicht dabei habt. Also da müsst ihr die Wörter dann selbstständig draufschreiben. Aber ihr habt die Funktion mit eben dieser Micro-SD-Karte. Also auch ein großer, großer Vorteil meines Erachtens nach. Was wir hier bei der Bitbox dann nochmal haben, haben wir hier zum Beispiel nicht. Wie gesagt, preislich relativ gleich zu Bitbox und zum Ledger Nano S. Kommen wir jetzt zu meinem Fazit. Also ihr seht, es gibt viele und es gibt wahrscheinlich auch noch mehr Hardware-Wallet-Anbieter. Aber das sind jetzt, sage ich mal so, die bekanntesten und die wir auch schon bei CryptoGuru getestet haben. Beziehungsweise Jonas oder beide Jonase schon ausführlich getestet haben. Und ich sage jetzt mal so, also weiterhin mein Favorit, Bitbox, aber nur die BTC-Only-Variante. Also da ganz ehrlich, wenn ihr wirklich Bitcoin und eure Altcoins getrennt haben wollt, so wie ich das zum Beispiel mache, dann Bitbox, BTC-Only und momentan persönlich Ledger dann für Multi-Wallet. Also Ledger Nano S Plus oder Ledger Nano X. Je nachdem, was ihr im Endeffekt haben wollt, das ist dann euch überlassen. Und dann an zweiter Stelle, beziehungsweise je nachdem dritter Stelle, ist dann für mich SafePol. Also SafePol, eine sehr, sehr günstige Alternative, finde ich. Vor allem für den Anfang für knapp 50 US-Dollar, teilweise auch ein bisschen billiger, teilweise auch manchmal ein bisschen teurer, kann man hier sagen, kriegt ihr hier sehr, sehr viel für euer Geld. Ihr kriegt 24 Wörter, ihr kriegt ein großes Display, ihr habt wirklich viel Auswahl, ihr kriegt eine App, ihr habt die AirGap-Funktion, was ich persönlich sehr, sehr sinnvoll finde. Nie mit dem Internet verbunden, wirklich nur beim allerersten Mal haben wir ja gerade angeguckt. Und also das ist für mich wirklich der Geheimfavorit. Und dann als Förderstelle CQX und dann Alley Paul Wallet. Das sind so meine Favoriten, sage ich jetzt momentan mal. Wie gesagt, Bitbox und Ledger führt momentan, sage ich mal, keinen Weg vorbei. Aber SafePol für mich wirklich der Geheimfavorit für Leute mit wenig Budget. Und ich sage mal so als drittes Wallet, einfach mal so noch dazu, vielleicht gar nicht so verkehrt. Also wie gesagt, ihr kriegt hier viel, viel für euer Geld. Die AirGap-Funktion können sich andere in der Scheibe von abschalten. Aber wie gesagt, also nochmal Fazit, Bitbox, BTC-Only-Variante, Ledger Nano S bzw. X und SafePol. Das sind meine Favoriten. Je nachdem, Ledger oder SafePol könnt ihr beides gerne mal austesten. Ich packe euch alle Links unten in die Videobeschreibung gerne rein. Schaut ihr also gerne mal jeweils die Artikel an. Links von den Hardware-Wallet-Anbietern kann ich euch auch noch gerne mit unten mit reinpacken. Das sind keine Affiliate-Links, keine Sorge. Das sind einfach nur die ganz normalen Links. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen Einblick geben, was so die besten Hardware-Wallets sind bzw. was meine Favoriten sind. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao und stay crypto!